Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind heute im Philippabrief beim letzten Kapitel angekommen und ich möchte uns von Kapitel 4, die Verse 1 bis 3, erstmal vorlesen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntiche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein gerechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben und mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Ja, Paulus richtet hier einige persönliche Worte weiter an die Philippa und wir sehen hier auch, wer sie anspricht, wie viel Wertschätzung er ihnen gegenbringt, den Glaubensgeschwistern, er nennt sie Geliebte, Ersehnte und sie bedeuten ihm Freude und sind sein Siegeskranz. Also als Letzteres denke ich auch auf die Zukunft gerichtet, ja, dass er genau weiß, wie sehr sich das lohnt, ja, wie wichtig das ist, einfach diesen Menschen zu investieren. Ja, die Philippa, die sollten und brauchten einfach keinen Zweifel haben, dass Paulus im Herzen ja ganz viel Platz für die übrig hat und mit ihnen verbunden ist. Ja, und dann spricht er hier zwei Personen an, ja, erwähnt sie direkt Evodia und Syntiche und offenbar hatten die ja miteinander ein Problem. Es wird nicht gesagt, was sie genau hatten, was deren Problem war, aber die Gemeinde, die wusste da ganz sicher Bescheid. Und ja, es gibt einfach immer wieder Meinungsverschiedenheiten oder Missverständnisse oder auch Verletzungen. Und ja, was wir aber wissen dürfen, ist, dass es immer einen Weg gibt, da wieder rauszukommen, dass es möglich ist, ja, wenn wir auf dem gleichen Fundament stehen, wenn wir, ja, auch Gottes Vergebung erlebt haben und, ja, einfach diese große Trennung, dieser Unterschied zwischen uns und Gottes Heiligkeit, wie, dass wir wissen, dass wir auch als Menschen zueinander einen Weg finden dürfen und können, ja, dass es wieder Frieden gibt. Und, ja, das ist hier das Ziel von Paulus, dass, ja, das nicht irgendwie weitere Wellen schlägt und deswegen ermahnt er sie hier namentlich, ja, nennt sie beide, redet er auf die gleiche Weise an und sagt ermahnen, also Mehrzahl, sie sollen beide ermahnt werden. Ja, man kann immer anfangen, ja, wer hat mehr Schuld oder so, aber es sind beide einfach gefragt, es muss von beiden der Wille, der ja auch etwas aufgebracht werden, damit das gelingt. Und, ja, in Vers 3 geht es eigentlich auch weiter um diese Sache, dass, ja, es war wohl schon eine ziemlich verfahrene Situation und der sagt, dass, ja, nicht einfach die das unter sich klären sollen, fertig, sondern dass auch eine dritte Person da offenbar notwendig ist und jemand helfen muss, ja, wird von einem rechten Gefährten geschrieben. Und das war wohl der Epaphroditus, der auch vorher hier schon genannt wird, ja, unter den Philippern, der schon eine reife Person ist. Es braucht da einfach jemanden, der fähig ist, solche Knoten zu analysieren und, ja, beiden es deutlich machen kann, was Gottes Weg ist, raus aus dem Streit, aus der Verfahrenheit und das kann wirklich oftmals sehr hilfreich sein, wenn da jemand Unbelastetes dazu kommt, dass es am schnellsten dazu führt, dass so ein Streit auch beendet werden kann, wenn so ein, ja, nüchterner Rat auch da ist. Ja, und es ist auch gesagt, dass diese beiden, das waren eigentlich Personen, die auch am Evangelium gedient haben, ja, vielleicht durch Gastfreundschaft, durch Hilfe, durch Gespräche mit den Leuten, die wirklich da einen Dienst gemacht haben und irgendwas hat dann dazwischen gehalten, und, ja, das sollte einfach nicht sein und, ja, sie haben zusammengedient mit einem Clemens, der hier genannt ist, das ist eigentlich die einzige Stelle, wo der erwähnt wird und mit anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind, so heißt es hier, also das ist einfach die Hoffnung, das Ziel, ja, zusammen am Evangelium zu dienen. Ja, ich denke, dass das gute Impulse für uns sind, ja, die Wertschätzung füreinander zu haben und dem Teufel keinen Raum zu geben, ja, wo wir am Evangelium dienen und etwas dazwischen kommt, ja, dass es, ja, niemand untauglich dafür wird, dass wir alles nach unseren Möglichkeiten tun, ja, die Einheit, den Frieden zu bewahren und, ja, dass wir wissen dürfen, weil Gott ist Versöhnung und, ja, aber manchmal ist auch Rat von anderen wichtig, dass, ja, bestimmte dazukommen, zu helfen und Rat zu geben und, ja, ich wünsche euch einen gesegneten und schönen Tag. Tschüss. Musik 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 Musik